Ui, 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 einen wunderschönen Willkommen zu einem Spiel, frisch heute rausgekommen von Raw Fury. Und zwar heißt dieses Spiel The Signifier. The Signifier, ich lese einfach mal vor, wie es erklärt wird. Als Spieler übernehmen sie die Rolle von Frederick Russell, einen Experten für KI und Psychologie. Er leitet ein Forschungsprojekt, bei dem es um einen experimentellen Deep-Scanner für Gehirne namens Dreamwalker geht. Die kontroverse Technologie ermöglicht es, die bekannten Sinne und die unbewussten Bereiche der Psyche zu erkunden. Als er gebeten wird, sein Gerät anzuwenden, nachdem die Vizepräsidentin der weltweit erfolgreichsten Tech-Firma Tod in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist, gerät er in einen Strudel der Intrigen. Und ich denke mal, das klingt erstmal total spannend. Also für mich jedenfalls, auf jeden Fall. Das ganze Setting finde ich sehr spannend. Deswegen ist es einfach mal on the fly hier zwischengerutscht in meinen Plan. Ich habe mich auch gar nicht mehr daran erinnern können, dass ich es auf die Watchlist gepackt hatte vor geraumer Zeit. Und wurde eben halt erinnert und heute released. Ich konnte nicht anders, ich musste zuschlagen. Denn es ist ein Techno-Stil gehaltenes Spiel mit einer doch hoffentlich packenden Geschichte. Es ist so. Das Flimmern ist so. Also du musst nicht neu starten. Es ist so. Und ja, das Interessante ist eben halt dahinter, wie weit kann KI gehen, wie weit darf KI gehen und inwiefern spielt es eine Rolle, inwieweit muss man aufpassen innerhalb demokratischer Strukturen und ähnlichen Dingen, was darf KI und was darf KI nicht. Und wie gesagt, das Setting, ich bin ja nun ein bisschen technisch orientiert. Und ich sage mal, KI ist bedingt, aber zumindest in Teilen bestand da gewesen meines Studiums. Das war eine Fachrichtung, die ich gewählt hatte. Und mich interessieren halt auch Spiele und auch die, wie sagen wir so, die grundlegenden Diskussionen darüber, wie weit darf man bestimmte Sachen machen, wie weit darf man Cyborg machen. Also wie, das ist zum Beispiel bei Cyberpunk so ein interessanter Aspekt, der vielleicht partiell aufgearbeitet wird, ich weiß es nicht. Wie weit darf man eben halt jemanden künstliche Gliedmaßen oder eben Technologien reinbringen, dass er noch menschlich ist. Ab wann ist diese Person, um eben halt einen bestimmten Mangel auszugleichen, weil er sich nicht bewegen kann, nicht laufen kann, Exoskelett, solche ganzen Sachen. Ab wann ist es dann nachher wieder eine Übervorteilung den in Gänsefüßchen normalen Menschen gegenüber. Und wie weit würden Menschen gehen, sich solche Sachen dann reinzubuttern in den Körper, um einfach überlegender zu sein. Das wird in der Stelle wahrscheinlich nicht so weit reindriften. Hier wird es vorrangig um künstliche Intelligenz gehen. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe es kurz mal angespielt. Ich musste gucken, ob es läuft. Und es ist Untertitel Deutsch. Ansonsten Englisch sprach ich, also nicht wundern. Aber ich denke mal, wir kommen damit klar. Und viel Spaß. Kapitel 1. Dies ist keine Pfeife. KI-Forschung, der Einfluss sozialer Medien und Hirnscan-Technologien haben zu drei wichtigen Entwicklungen geführt. Die Erschaffung des TSB-Technology-Safeguard-Büro, dessen Mission es ist, demokratische Strukturen vor Technologiemissbrauch zu schützen. Komplexe internationale Hirnscan-Vorschriften, die persönliche Daten schützen. Die nicht zu leugnenden Spannungen zwischen den größten Wirtschaftsländern der Welt als Folge neuer KI-Entwicklungen. In diesem Zusammenhang steht das Dreamwalker-Projekt auf dem Prüfstand, das mit Hilfe von Hirnscan-Technologie mit KI-Interstützung akademische Forschung am menschlichen Verstand ausführt. Du musstest mit der neuen TSB zusammenarbeiten, um deine Forschung fortsetzen zu können. Ja, äh, zum Beispiel, ja. Wobei das ja eher, äh, eine Antihaltung beruht. Sollte das Spiel zu laut werden, ähm, ich muss es manuell steuern. Es gibt keine Soundsteuerung im Spiel. Ich muss es manuell steuern, ähm, äh, unter Windows dann bitte einfach Bescheid geben, falls ich, äh, gegenüber dem normalen Ton nicht verstanden werde. Äh, äh, das ist für mich schwierig hier auszupegeln, ne? Untersuche die Box neu als Mission. Ja. Tom. Russell, did you receive it? It just arrived. Good. Listen. Priority is to find the real cause of death. Early reports indicate suicide. A drug overdose. But I don't buy it. It doesn't make sense. She was too important and the timing was odd. She was a lawyer at GoAT, right? More like the vice president. Oh. Okay. Yeah. So now you see how deeply in trouble you'd be if anything leaks out. You're putting me in a tough spot here, Tom. Not if you're careful, Russell. Just make sure nothing leaks out. Why not wait for the full autopsy? Why do you need me? We need to move faster. And if there's something bigger going on, we need to investigate it. This is a one-time chance to catch them. GoAT has been dodging us for way too long. So you want me to spy on them through her memories? No. I just want you to find out how she died. Which is legal. But if I'm right, it will take us somewhere nasty. I know there's something off. We just need to find out what. All right. I'll do what I can. Good. Remember, it's because of these people were here in the first place. Well, we don't know anything yet. We will, Russell. I've been in this for too long to know it's not just suicide. You'll see. So, I've given you access to our apartment on Stratford Avenue. They're about to wrap it up over there. But Detective Stan Becker is waiting for you. He knows you're coming. If you want to investigate the real place, you should head out there now. All right. I'll check it out. Okay then. I'll leave you to it. Don't keep Stan waiting. And keep me posted on anything you find. Sure. See ya. Triff Stan in Johannas Wohnung. Neu. Muss ich das jetzt schon machen? Ist bei mir hier zu Hause, ne? This is not a pipe. Das ist keine Pfeife. Ach so. Lass es weggehen? So, was haben wir denn hier? Wir schauen uns mal an. Unser Auftrag. Drehen. Johanna Cast 2009 Before Entering Go at He Okay. So, F1-Untertitel-Anzeigen. Okay. So, Fallbericht vertraulich. Johanna Carsten, 39, verheiratet. Keine Kinder. Vizepräsidentin von Go at He Persönliche Informationen. Johanna war die Vizepräsidentin von Go at He und eine der jüngeren Spitzenkräfte in der Tech-Branche. Bekannt für ihre Effizienz, Rücksichtslosigkeit und Entschlossenheit hatte sie sich in den letzten fünf Jahren zur wichtigsten Expertin bei Go at entwickelt. Mit ihrem weitreichenden Wissen zum Management, Rechtswissenschaft sowie Märkten und Technologie gewann sie im Jahr 2013 den Inno-Preis als erste Frau überhaupt. Fallinformationen, aber wir können scrollen. Prominente Spitzenkraft in ihrer Wohnung tot aufgefunden, scheinbar eine Überdosis. Antidepressiva. Ihr Mann fand sie am 29. August um 15.15. in ihrer eigenen Wohnung. Adresse Jules Stranford Avenue 8542 Valley Tower 42. Stock tot auf. Er rief sofort an. Internetpräsenz. Facebook, letzter Eintrag aus dem Jahr 2014. Twitter, letzter Tweet aus dem Jahr 2016. Namen Katalina. Über eine Konferenz, an der sie teilnahm. E-Mail-Adresse privat. Johanna-cast01-at-t.com und arbeitjohanna-at-goat.com Die Adresse wurde angeblich gelöscht. Wegen Einschränkungen von Seiten ihrer Arbeit war Johanna online nicht besonders aktiv. Polizeibehörde. Das letzte bekannte Foto aufgenommen von Lara Paas. Angeblich ihre beste Freundin zwei Tage vor ihrem Tod. Ja, was können wir hier noch machen? Achso, wir können drehen und schauen und überhaupt. Das sieht soweit gut aus. Aber ich muss hier noch den Sturmmodus aktivieren. So, jetzt haben wir. Dann schauen wir mal weiter. Ja, was haben wir dann da noch? Ein Scan-Report. Ähm, Scan-Bericht. Nichts zum Scrollen. Ich klicke mal. Kann ich die nochmal ergreifen? Mehr ist da nicht? Oder ist das da, wo der Scan-Report danach rein soll? Okay, da ist nichts weiter. Ja, okay, 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 okay. So, und was haben wir hier? Was ist das? Eine Kassette, oder? Untersuche die Box. Haben wir Hirndisk erhalten. Benutze die Dreamwalker-Maschine, um Johannes' letzte Erinnerung zu betreten. Aktualisiert. Versucht es einfach. Alles kein Problem. Oh, warte mal, hier ist noch was. The Mirror Stage. Kompletter Bericht. Oh, hier gibt es viel zu lesen. Sehr viel zu lesen. Vielleicht kannst du einschlafen, Catalina. Oh, warte mal, wir können das ranziehen. Das Spiegel-Stadium. Das Spiegel-Stadium war eines der ersten Konzepte, an denen Lacan arbeitete. Zu Beginn seiner Lehren in seinem Aufsatz, das Spiegel-Stadium als Bildner der Ich-Funktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint, ging er von den Thesen von Henry Wallen zur Bedeutung des Körpers anderer für einige Arten aus, darunter auch für den menschlichen Säugling. Was diese Spiegel-Bedeutung angeht, haben wir das denkwürdige Beispiel der Tauben, deren Entwicklung ihres Fortpflanzungssystems aufs engste damit verbunden ist, dass sie ihre Artgenossen sehen. Bei isolierten Tauben entwickeln sich keine Geschlechtsdrüsen. Genauso sind bei menschlichen Babys der Spiegel sowie der Körper und die Worte von anderen ungemein wichtig. Ein Großteil des Bilds, das wir von uns selbst haben, hängt von anderen ab. Das Ich ist eine Funktion, die vom anderen abgeleitet wird. Das Erlebnis des Kindes, das noch keine vollständige Propriozeption seines Körpers hat, aufgrund des Heranreifens seines Nervensystems, das keine einheitliche Vorstellung davon hat, erkennt sich nicht im Spiegel, bis es etwa acht Monate alt ist. Bis dahin sieht er sich selbst als ein anderes Wesen. Im Spiegelstadium erhält es schon im Voraus ein einheitliches Bild von sich selbst, was aber dennoch irreführend ist, da dieses invertiert ist. Dank der Worte einer anderen Person, die bestätigen, das bist du, lernt das Kind sich selbst zu erkennen. Wenn wir allerdings diese Szene des Erkennens überdenken, der Moment, in dem das Kind sich zum ersten Mal mit Freude, aber auch mit Befremdung und Erstaunen im Spiegel erkennt, wurde sogar filmisch festgehalten, ist es doch interessant zu bemerken, dass bevor das Kind ein Wort artikulieren kann, es das Kind im Spiegelbild zuerst mit einem Du und nicht mit einem Ich erfasst. Die Wurzel des Ichs ist immer extern und in gewissem Maße hört das nie auf. Man muss sich nur Befremdung ins Gedächtnis rufen, wenn man auf einem Foto sein Erscheinungsbild aus einer ungewohnten Perspektive sieht oder im Extremfall das Erlebnis des Annoethikers, der im Spiegel unaufhörlich ein fremdes Element in seinem Körper sieht, das entfernt werden muss. Auf die gleiche Weise sind es die leitenden Worte und Gesten anderer, vor allem unserer Familie, die unser Konzept von uns selbst festlegen, was wir die Ich-Funktion nennen. Die Eltern reden über das Kind und mit ihm, sie gestikulieren ihm zu. Dadurch verfestigen sich gewisse Vorstellungen, manche Aspekte werden gefördert, andere verworfen. So entsteht eine Art immanenter Dialog, der nicht explizit ausgedrückt werden muss. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass das Nichtgesagte genauso wichtig ist wie das, was gesagt wird. Die Hauptthese, die Lacan in diesem Zusammenhang aufstellte, mit der er das Spiegelstadium als etwas verallgemeinerte, was immer funktioniert, über ein gewisses Stadium der kindlichen Entwicklung hinaus, besagt, dass die Funktion des Ichs etwas ist, das immer in Verbindung mit anderen aufgebaut wird. Als Kriterium wird dabei die Erwünschtheit im sozialen Bereich herangezogen, die als ideale Vorstellung Teil eines bestimmten spezifischen Kontextes ist, sowohl auf sozialer als auch politischer Ebene. Neurosen sind in diesem Sinn mit der Spiegelfunktion verbunden, die den sozialen Kontext, vor allem den der Familie erfüllen. Neurosen entstehen aus der komplexen, problematischen Beziehung, die Menschen mit den Wünschen anderer haben. Die wesentliche Frage wäre diese, was will der andere von mir oder was bin ich für den anderen? J.P. Bustamante, die Funktion des Ichs in der Psychoanalyse, Seite 145, 2016. Das klingt sehr interessant. Vor allem trotz Hochtrabens sehr, sehr nachvollziehbar. Was haben wir hier? Die Idee war ein Office-Lab-Hybrid. Endgültiges Urteil des obersten Gerichts im wegweisenden Fall von Ex-Präsident Coffre. Diese Woche hat das oberste Gericht die Berufungsklage der Gruppe abgewiesen, die sich selbst The Highwayman nennt. Nach einer Reihe von gefakten Videos und Audioaufnahmen, die neben verschiedenen Amtsträgern auch Ex-Präsidenten Coffre umfasste, war sie des Terrorismus angeklagt und verurteilt worden. Mithilfe einer Taskforce, bestehend aus NSA, CIA und FBI, die mittlerweile Berühmtheit erlangt hat, wurde die Gruppe festgenommen. Kurz nach ihrer Verhaftung verabschiedete der Kongress das Gesetz Ämter für Informationstechnologie. So wurde die TSB erschaffen, in dessen Mittelpunkt die gemeinsame Taskforce stand. Nach ihrer Gründung verabschiedete der Kongress ein weiteres Gesetz, welches die Erschaffung, Speicherung und Verbreitung von sogenannten Audio- und Video-Deepfakes ohne das ausdrückliche Einverständnis des von den Fälschungen betroffenen Subjekts ahndet. Außerdem wurden strengere Strafen für die Nachahmung von Bundes- oder Staatsbeamten verhängt. Amt, Herr Farr. So. Okay, mit rechts können wir ein bisschen dichter gucken, aber da sehen wir weiter nichts. Musik. Was mache ich hiermit? Achso. Okay, sehr vorsorglich. Oh, okay, das war letztes Mal in Physik dran. Genau, genau, genau. Müssen wir, müssen wir. Ich glaube, hier kommt die Datasette rein. Please insert disk. Machen wir gleich. Was ist das hier? Ah, okay. Okay, wir löten auch selbst. Das ist gut. Das ist vorbildlich. Was wirst du denn? Ach du Gott. Ähm, wie, wie, wie... Achso, verwenden sie... Log 6, Log 8, Log 9, Log 2, Log 1, Rohdaten. Ich glaube, hier gibt es sehr viel zu lesen. Oder zu gucken. Ich habe eine temporary Lösung für wenn Evie kann Interpret some part of a Memory. Aber es braucht Manual Input. Also, sagen wir, die Daten war ein Chaer. Während Evie kann Interpret, es ist ein Chaer, oder wo es sollte sein, Evie, sie ist still able to produce a 3D geometrical output, mit Sound. Und das Output ist based auf Daten, das hat Sinn. Das Problem ist, dass es nicht in der Nähe, und es macht Sinn. Also, was ich tat, war, was, was, war, bevor ich Evie an interpreting the data by using our special human skills we just have to tell her what it could be and where it should belong and she should be able to narrow the margin enough to make it part of the reconstruction question is it always about something missing like a chair or can it be a subjective thing that doesn't belong anywhere it could be a subjective thing yes but that would be rare as it's more likely to become a subjective entity or part of the subjective environment somehow shouldn't be represented as missing data okay can happen though would be interesting to see yeah this is great carl we're so close das heißt die hat aus ton aus geräusch hat sie die ki die ee wie die ki hat stuhl wieder hergestellt wie komme ich hier wieder raus also mausklick okay und der menschliche eingriff hat dazu beigetragen zu sagen ob das richtig erkannt wurde oder nicht so dass sie ihre annahme verbessern kann und ihre interpretation also jetzt können wir noch mal eins machen ich nehme noch das zweite hier vielleicht können wir dann nach und nach die sachen uns hier angucken immer sukzessive okay so reason to celebrate we can now make an objective reconstruction so it worked my original approach didn't but the machine learning approach did these are your memories you're using right yeah for now hmm cool so what I did is to isolate a memory of a specific place and then made the machine compare it with real footage of that same place taken exactly at the same moment that the memory was made so instead of trying to find out how to filter a memory out of its objective experience I just let the machine attempted through trial and error or so does it basically iterates reconstructions of my memory by randomly filtering unclassified data and the random reconstructions that match the footage the most get selected and a new round of random reconstructions begin eventually the filtering is narrowed down to data that is more and more reduced in size and after a while the solution is basically the same as the footage just more glitchy and blurry and did you test it with different types of memories nothing too extreme in terms of emotional distress yet but yes all types of memories and places I've been carrying a camera for quite a while now I like it but I think that you still need a bigger test pool to truly call it objective I mean you could be introducing bias by how you're making these memories mess true but currently the places consistently match in size shape color the sounds are getting clearer while it's not perfect yet this is enough to be certain that if anything bigger than for example the size of a tennis ball appears in an objective reconstruction and if that isn't too blurry or glitchy it means it was just there the error margin is simply too small now cool yeah and the cool thing is we can start classifying and understanding this data now by going backwards yeah I want to take a look at that it's all uploaded awesome Russell so cool das auch ist und ich glaube das wird ein Bestandteil dem Spiel sein so fehleranfällig ist es denn es wird automatisiert gemacht es müsste normalerweise manuell gemacht werden was es korrekt und zumal es muss ja zu dem Zeitpunkt passiert er hat ja gesagt er hat ein Bild mit bei also ein Live Video gehabt und am Anfang hat man auch gesehen dass wieder hergestellt wurde aus dieser Sequenz dann Teller mit drei Löffeln statt nur mit ein und auch die die Packung hatte eine andere Bezeichnung deswegen sage ich das ist sehr fehleranfällig dieses Prinzip aber beschreibt halt wie wie es eigentlich funktioniert eins gucken wir noch warte mal eins muss ich noch gucken Bedienfeld ist so wie ein How-to oder so und eine Erklärung von dem was was hier eigentlich passiert womit wir hier arbeiten werden ok so now besides switching states we can actually sort of fast travel to different memories and events inside that memory as we know time is still an issue as you can go back or further in time inside a single memory so I thought it would be handy to have some sort of database of memories and their events as you reconstruct them it also captures visual references as you progress so it will help us remember a bit about each reconstruction as it gets confusing sometimes so this is very rough but basically what you do is choose a memory from the subject's lifeline and then if that memory is split into sub events you can select them and reconstruct that specific moment in time okay it's pretty simple actually that's very handy yep and if you ever managed to do that objective filter I made it easy to divide each event into objective and subjective so they can be selected through here as well thanks for thinking about that we will make this work well we've already talked about it but I'll say this even if it doesn't work we'll reach that truth through subjectivity itself don't let anyone hear you saying that haha yeah not yet let them on I can't believe the loss of performance after adapting them to comply with the new laws times are changing indeed haha hmmhm hmmmm, haha. Oh, uhriendly. Shiekutas. This is the first thing I brought in here. I really need a new partner. Harder replaced Karl, though. Was ist mit Carl passiert? Klagerüchte nach Geburt von Babys, deren elterlicher DNA erweitert wurde. Personen lassen DNA mit urheberrechtlich geschützten Genen durch CRISPR erweitern. Zeitungsnamen, ich werde wegen meines Babys verklagt. Hier bei The Letter haben wir gelernt, uns an Überraschung zu wöhnen, wenn das Leben hält immer neue Wendungen bereit. Das ist sowas wie Bild-Zeitung hier. Laut unseren Quellen wurden Patienten, die sich medizinischen Tests im Rahmen der Exogen-Behandlung unterzogen haben, von ihren Anwälten gewarnt, dass ihre eigene Behandlung zwar inbegriffen wäre, die der Kinder von Patienten allerdings nicht. Diese Behandlung wirkt sich direkt auf das Erbgut der Patienten aus und entfernt potenzielle Erbkrankheiten. Laut der Dokumente, die The Letter zugespielt wurden, könnten bestimmten Fällen die DNA-Stränge, die an Nachkommen weitergegeben werden, auch von der Nutzung von Exogen profitieren. Nach Erhalt dieser Informationen versuchten wir Teilnehmer der Studie ausfindig zu machen. So stießen wir auf Chris und Al Pearson, ein schwanges Pärchen, das sich für den Exogen-Test angemeldet hatte. Der Grund war folgender. Er war gefährdet, an Lungenkrebs zu erkranken und sie an ein Glaukom. Chris sagt uns, es ist schlimm, denen gehören meine Reproduktionsorgane. Ellen lacht. Als sie uns anriefen, sagte sie und meinten, dass wir womöglich haftbar gemacht wären, konnten wir es einfach nicht glauben. Wir kommen gerade so über die Runden. Wir können uns keine Anwälte oder Zahlungen leisten. Dieses Baby wird wahrscheinlich bei seiner Geburt verschuldet sein. Das ist wie in einem düsteren Science-Fiction-Film. Auf Wunsch hin wurden die Namen der Beteiligten geändert. Oh, da ist noch eine Treppe. Mein kleines Projekt ist ein langer Weg. Was kann man hier machen? Okay, nicht runterspringen jedenfalls. Wir schieben mal die Datasette hier in das System rein. Mal gucken, was passiert. Na toll. Toll. Jetzt werden Terabyte an Daten hier gerade rekonstruiert. Und ich soll mir jetzt den Laden anschauen. Na okay. Verdammt. Oh, gut. Ich pute eine kleine Anwälte da in der Kontroll-Panel, um nur so zu tun. Perfect. Ich werde sie absolut nicht vergessen. Ja, ich dachte mir, du. Okay, auf meine Seite. Ich codeine eine kleine Anwälte diese Woche auch. Und wenn ihr Fragen habt, von Evie, über alles zu tun, kann sie jetzt temporär benutzen mehr Ressourcen zu processen. Technically, sie wird mehr RAM zu freien viele Sekunden, und dann weiterentwickeln von dem Bild. Und wenn die RAM nicht genug ist, sie wird unsere Disks benutzen. So, basically, viel mehr Prozessung-Panel wird für ein paar Sekunden, und die Memory wird nicht geschlossen. Und ist es schon fertig? Nein. Ich habe die Sprache mit dem Sprache, die ihr Sprache verabschiedet haben. Aber das größte Erdbezige ist ein Modul, der sie lernen von uns. Es braucht ein paar Prozesse, aber es ist wert. Die größten Erdbezige passieren, wenn sie eigentlich in einer Konversation und sich beobachten, stattdessen auf die Datenanalyse zu verabschieden. Also, weil sie immer von uns lernen, wir versuchen sie zu sprechen, zu ihr natürliche, zu ihr mit ihr, zu 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 ihr. Oh, ich hoffe, dass das alles so im Spiel drin ist. Das klingt sehr interessant. Ist es auf? Ja. Okay, Russell. Ich denke, es braucht nur ein paar Tage. Ich könnte ein paar Tests benutzen, doch. Warte auf. Das weekend? Uh, das wäre toll, aber Sie waren nicht mit Laura? Oh, ja. Ja, das stimmt. Dann ist es Monday. Cool. Also, Subjektive Entities. Als wir entschieden haben, das Verständnis der Subjektivität sollte von verschiedenen Angeln, um zu vermeiden Bias. Also, dieses bestimmte Angeln ist alles über die Daten zu sprechen, so zu sprechen. Ich wollte nicht mehr über einen Konzept verwendet werden, um noch zu sprechen, zu sprechen. Also, ich habe die Daten zu isolieren, die diese Charakteristiken haben. Lack von bestimmten Location. Lack von predefined Formen. Lack von overallen Konsistenz. Ein starker, errativer Influenz auf andere Daten der Memory. Und natürlich, dass die A.I. nicht so nahe zu interpretieren. Also, mit diesem Daten, insofern von E.V. zu interpretieren, etwas aus dem Daten zu interpretieren, habe ich es, um, zu lachen, zu Menschen- und Animal-Behaviour-Pattern. Lass mich das erklären. Ich habe, die Maschine zu verwendet, die Daten zu verwendet werden, in die Daten zu verwendet werden, und dann, die Maschine zu verwendet werden, die Daten zu verwendet werden, zwischen diesen Daten und den Daten zu verwendet werden. Wenn diese Daten erneut werden, können sie sich mit einigen, weil, nach einem Zeitpunkt, die Daten haben einige Behaviour-Pattern mehr zu sich als andere, und mit einem kleinen Druck, sie können als Vehikel arbeiten, um die Daten zu expressieren. Es ist noch nicht weit, um etwas objektivisch zu machen, aber es ermöglicht, vieles zu verwendet, was die Dinge, die in der Erinnerung ist, was in der Erinnerung ist. Beispielsweise, sagen wir, die Daten zu verwendet werden, eine Art von Tense-Nervös-Nes. Dann gibt es eine Chance, eine Entität zu verwendet, eine Entität zu verwendet, die Reconstruktion zu machen, um ein paar Daten zu verwendet, zu verwendet werden. Ich bin sicher, dass es hier gibt, viele Interpretationen gibt. Aber, dankbar, die POOL-SAMPLE ist großartig, und die gute Sache ist, dass wir mit dieser Arbeit investiert werden können. Wenn wir die Daten carefully analysieren, und wir versuchen, diese Behaviour-Nes. Das kann nicht zu einem Objektivisten, aber es kann zu etwas, wenn andere Aspekte der Erinnerung unterstützen die Hypothesis, die aus diesen Behaviour-Nes. Was denkst du? Ich liebe es. Es ermöglicht uns, weiter zu unterscheiden, ohne irgendwelche Türen zu öffnen. Ich wusste, dass du es bekommst. Es ist nur eine größere Ausführungsränge für das Bewusstsein. Das ist alles, was wir für heute brauchen. Ich werde dazu gezwungen. So, äh, subjektive Wesen hatten wir, ne? Zeitwarps. Ich glaube, wir müssen uns alles angucken, bevor es weitergeht. Wir haben eine neue Feature für unsere Zeit-Based Reconstruction Problems. Interessant. Oh, ja. So, since es schwierig zu freeze einen Moment über einen großen Raum, gibt es immer die Chance dass die Zeit-Variation zu großartig sind, und dass sie Errungen zu der Reconstruction geben. So, wenn Evie findet eine Part einer Memory, die ein paar Momente gibt, wie zum Beispiel, jemand von seiner Wohnung nach dem Hintergrund, und manchmal es nicht genug Zeit zu machen, eine andere Memory-Event. So, was ich habe, in order zu machen, diese Information, ist, dass, wenn die Room-Backyard-Range fitz in die Maximum-Time-Threshold der Event, Evie will nun introduce eine Kontrolle, die wir benutzen für Warp-Time auf den bestimmten Objekt. Instead, choosing eine Part und die Rest, so wir können die ganze Sequenz ohne die Rest der Memory. Danke. Avatare. So, Avatars are like a quick adaptation of the subjective entities work. After a while we've been able to classify subjective entities based on a few characteristics, like aggressiveness, amount of reaction to the other elements in the memory, and a big list that we can go through later. But what I discovered is that some of the entities are fully passive, meaning that they do not express behavior, but other entities do react to them. So, they are part of the subjective behavior web, but passive. so what I did is make a small hack to use their influence at our will. So it allows us to investigate other entities. So we can control them. I wouldn't say truly controlling them, but we can move them around and see how they influence the rest of the subjective space. It's only a spatial thing for now, but it can be really helpful to study how the patterns react to each we can manipulate the thoughts or memories like that, what would be if. what would be if. What would be if. Let's do the video. Okay. Still working on the on-the-fly scanning project. It's still a long way to go, but I'm moving in the right direction. The head needs to be fully constrained, though. That's what I'm solving right now. Just moving a bit slow with everything that's happened lately. Yeah. Logs will probably stop for a while. Until things normalize a bit. And, is he ready? This will take a while. Oh, he's not ready. You can visit an apartment while the memory gets ready. Okay. What is an apartment? Wait a minute. Oh, with TAB geht das. Do you see Stan in Johannes' Wohnung? Do you use the DreamWorker-Maschine, um Johannes' latest Erinnerung to be treated? That will I do but it doesn't do it. You get it. Or do I do first in the house? Or do I do first to get everything to get to? If I want to do it because the game is that I want to do it. It's like I can always I can always find the mode when the mode is over and the models don't exist. If they don't exist. The ones that actually have interested. No, there's not a coffee for me. Schade. Hier ist noch der Ikea-Schrank. Was ist hiermit? Oh, ich habe rausgeklickt. Das ist natürlich doof. Johannas Wohnung. Vielleicht muss ich das ja zeitgleich machen. Ach, ich brauche ja noch eine Referenz, ne? Ah, ich brauche eine Referenz. Okay, okay, ich melde mich gleich. Ich muss erst mal... Ja, warum nicht, ne? Oh, was für eine View hier. Das ist jedenfalls eine schicke Hütte hier. Okay, ich rede das mal mit ihm. Ja. Did she leave any children or family? No, no children, no brothers or sisters. Foreign parents that she didn't see much. For now, that's all I know. And a husband. Pretty regular corporate profile, if you ask me. Who found her? Didn't you get the report? It was her husband. Do you know anything else about him? His name is Alex. Pretty average guy. Fitness trainer. The victim had kicked him out a few months ago. They were about to get a divorce. He came by to pick up some stuff he'd left here. Could he have been angry about the divorce? Yeah. But as I said, she'd been dead for at least six hours before he got here. So if somehow he forced her to take an overdose over the phone, then yeah, he could have done it. Okay. What time did he find her? The morning after. We called right away. The security cameras corroborate the time he arrived. So we don't have any reason to suspect him. Do you have the place called? Yeah, but die Kameras kann man auch manipulieren. Besonders wenn es um Deepfakes geht, ne? Wir haben ja gelesen, dass auch Deepfakes hier ein Problem sind. Do you have any theories about what happened? It's a little early yet. But everything points to suicide. There are lots of loose ends as to why. Especially considering who she was. Her laptop, for example, is gone. We haven't been able to find it. So who knows how deep that thing goes. Even so, I don't think there's a possibility, someone sneaked in and forced her to take some pills somehow. But don't take my word for it. We don't even have the full autopsy report yet. Thanks. No problem. Okay, dann schauen wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Probably the things Alex came to pick up when he found her. Hmm. Probably the things Alex came to pick up when he found her. 7-7-9-4-5-3-8-5-4-1. Thank you. Seltsame Fotos. Aber eine hübsche Küche. Oh, vor allem mit dem Blick, ja. Wahnsinn. Kann man sich ducken? Nee, kann man sich nicht. Was haben wir hier? Eine Weinflasche fehlt. Steht da auf dem Tisch. Nee, zwei Schwälen. Uiuiuiui. Sie hat allein gegessen und was getrunken. Ein bisschen untypisch, wenn man sich dann nachher irgendwie Antidepressiva reinhämmert. City inside. Mhm. Ach, guck mal, curved. Schön. Soweit sieht alles gut aus hier. Was haben wir denn noch? It's getting late. Oh, vor allem hier so Plexi, so Glastreppen, ja. Da hätte ich immer Angst, mich hier zu stoßen, so richtig mörderisch an den Dingern. Ist da irgendwas drin, nee. Das ist da aber Blut, oder nicht? Aber eigentlich ist die Wohnung recht glütt, habe ich das Gefühl. Guck mal, du hast zwar hier großen Wohnzimmer und Essbereich mit offener Küche. Da muss die Lüftung aber richtig gut sein, dass man die Gerüche nicht so durch das Dings hat, ne. Dann hat man aber hier ein offenes Schlafzimmer. Da ist sowieso kein Platz für Kinder mit einem offenen Schlafzimmer. Schuh. Ein bisschen atypisch, die roten Schuhe da. Was haben wir da drüben? Das ist auch noch was. Alkohol. Das ist aber kein Wein. Das ist Whisky oder so. Komme ich jetzt aber nicht hin, oder? Nee, komme ich durch die Ruhe. Da brauche ich bestimmt einen Code. Was ist das? Was ist das? Oh. Das ist aber, glaube ich, nicht so gewollt, oder? Dass ich von oben, ähm, äh, von oben das Dings machen kann und steuern kann. Hier sind Schlüssel. Ich habe hier einen kleinen Bug gefunden. Ich kann von hier oben aus dem Gebäude raus. Das wollte ich nicht. Ui, 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 ui. Hier ist aber Blut. Gekotzt. Jetzt ist es zum Beispiel recht leise, ja? Warte mal. Ich werde mal das Spiel ein bisschen hochputschen. So, okay. Naja, geht so. Sie hat wahrscheinlich auf die brokenen Shards. Vomit. Ah, okay. Ich glaube, das ist eine Coincidence. Ich glaube, ich habe genug Informationen aus dem realen Ort. Okay, dann war es das, was wir machen mussten. Aber nun gut, dann bin ich mal gespannt. Und raus und zum Labor. Missionsliste, ja? Benutze die DreamWorker-Maschine, um wieder zum Labor zu gehen und Johannes' letzte Erinnerung zu betreten. Und benutze die DreamWorker-Maschine, um Johannes' letzte Erinnerung zu betreten. Ach so, ja, 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 mache ich, ja. So. Upload complete. Upload ist bereit. So, das heißt... Von welcher Seite muss ich rein? Von hier. Okay, ich gehe rein. Evie, ready? Yes. Okay, good. Please operate on Patch 1.2. And scan for the latest memory you can find, ideally just before her death. Understood. Whoa. So, this is when she died. Whoa. Oh. Oh. Ha. Okay. Krass. Hier ist ein Schatten. Aber wieso ist hier ein Schatten? Oh, die Geräuschkulisse. Aber an das draußen kann sich hier keiner erinnern, ne? Vor allem, dass es so kaputt aussieht. Ah, okay, das ist Standard, also. Ist ein Feature. Verschwommen die Zeitung? Welche Bücher da drin sind, kann sie sich gar nicht dran erinnern. Also wahrscheinlich nie gelesen oder so. Krass. Was ist mit der Uhr? Wow. Hm. Ich gehe mal nach oben gucken. Ich gehe mal nach oben. Zustand wechseln, Q gedrückt halten. Der subjektive Zustand benutzt Erinnerungsdaten des Seh- und Hörvermögens. Dabei werden subjektive Daten... Der subjektive Zustand benutzt alle verfügbaren Erinnerungsdaten, einschließlich der Gefühle und irgendwas anderes. Da unten ist irgendwas. Vor allem ist das alles so gebogen. Oh, ist das strange. Ich kann jetzt inzwischen immer hin und her switchen, richtig? Und wenn ich wahrscheinlich irgendwelche Emotionen, äh Quatsch, irgendwelche Zustände hier finde, kann ich vielleicht die andere Seite dann verbessern, optimieren? Ich gucke erst mal mit mir hier um. Das kann natürlich auch sein, dass sie high war. Ja, das kann möglich sein. So, ich schalte mal wieder zurück. Wir gehen jetzt mal in den subjektiven Zustand. Was ist da? Warum ist da eine Leiter? Aber vielleicht kann ich über die Leiter da rein, ne? Aber ich finde den Aspekt bei dem Spiel so richtig klasse. Aber unten irgendwas... Da ist ein Kind. Ja, die Uhr. Und hier ist ein Kind. Achso. Und der Schatten von ihr ist immer noch da. Und hier ist die Leiter. Können wir hier hoch? Nee. Was ist hier gewesen? Ich kann angucken und nehmen. Aber ich kann es nicht interpretieren. Ich muss wissen, was es ist und wo es gehört. Okay. Ich studiere es und es in den richtigen Platz. Okay. Mal mal Scangeschwindigkeit ändern. Das ist die Uhr. Das ist die Uhr. Wenn du den Schlüssel gezogen hast, nimm sie bitte um Platziere, wo sie tatsächlich hingehört. Da. Ich glaube, das passt. Rohdaten aufheben. Oder E-Fragen. Processing. I can't interpret the new raw data, but the readings are the opposite of chaotic. They have a constant rhythmic pattern. You can use the raw data interpretation interface to find where it might belong. Okay. Kann ich mitnehmen. Ich habe jetzt die Rohdaten. Die Rohdaten kommen hier drüben hin. Rohdaten platzieren. Evie, do a match with clock data at this spot. Ah, ich verstehe. Guck mal, jetzt ist hier eine Leiter. Und die Leiter führt jetzt hier hin. Und ich kann jetzt hier nach oben laufen, weil ich damit mit dieser Veränderung der subjektiven Realität oder Erinnerung oder wie auch immer. Wir können sogar noch weiter hoch. Was ist das? Nee, 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 nee. Ich bleibe erst mal unten. Lass mich raten. Ich könnte hier. Kann ich. Kann ich hier aussteigen? Nee, ich kann nur hochlaufen. Was ist denn, wenn ich jetzt. Bei diesem Ereignis wurde keine objektiven Daten gefunden. Ja, stimmt, weil sie nicht hier drinnen war. Warte mal. Was ist das? Was ist das? Was macht der Hund da? Hatte sie einen Hund? Der kommt uns hinterher. Objektiver Zustand verfügbar. Hi, Hund. Was ist das? Ach, ich steuere die Geschwindigkeit damit. Was war das? Ist irgendwas kaputt gesprungen? Was ist das? Eve? Das ist irgendwas geworfen worden, ne? Ich lass das mal so stehen. Boah. Ach, der Hund. Warte mal, aber es gibt hier, es gibt hier einen objektiven Zustand. Optional, bitte Eve um Feedback. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir sind aber wieder zurück. Hör mal. Achso. Ich glaube nicht, dass wir es überhaupt nicht richtig bekommen. Wir sind jetzt... Hm. Interessant Glitch auf dem Kloch. So, der Hund ist unten, ne? Was ist da jetzt? Wo ist der Hund? Was bist du? Hier nochmal hoch. Ich glaube, ich darf hier noch nicht sofort rausspringen. Ich muss mich erst umsehen, weil sonst... Und ich muss das hier mitnehmen. Ich nehme mal die Rohdaten mit. Oh, warte mal. Was ist das hier? Aber ich glaube, der Hund, der verfolgt uns richtig, ne? Der hat Angst. Spinnweben? Wieso Spinnweben? Spinnweben? No way out. Wir lichten ein Handtuch. Das Interessante ist, wir kommen... Wobei, wir sind ja hier. Und der objektive Zustand hier ist ja ein anderer. Hier ist das Loch. Wir können theoretisch auch wieder hier zurücklaufen. Aber warum? Achso, ich wollte schon gerade sagen. Aber hier kann ich nicht raus. Aber was war das für ein Gerät, was runtergefallen ist? Wann mal. Was könnte das sein? Eine Figur, eine Statue oder sowas? Dann geht's kaputt und klumpt. Halt, was war das? Ein Spiegel. Da ist was in Spiegel geplumpst. Warte mal. Da ist was in Spiegel geplumpst. Dem muss ich soweit zustimmen. Das Konzept ist wirklich sehr interessant, aber es macht wirklich... Es ist anstrengend. Alles gut. Schlaf gut. Ich glaube, ich muss damit zu den Spiegel hin, die kaputt gegangen sind. Ich werde mal zurückspringen in den objektiven Zustand. Irgendwo gab's doch hier... Nee, hier gab's ja noch keinen Schaden, ne? Gab's hier einen Schaden? Ja, es ist sehr viel Interpretation hier drin. Weil auch die Optik halt sehr experimentell ist. Und sehr viel erkundet werden muss. Hatten wir nicht irgendwo die Möglichkeit, äh, äh... Einen zerstörten Spiegel oder Glas oder irgendwas zu finden? Ich glaube, ich muss das irgendwo... Einsetzen. Das war hier kaputt, aber auch das hier war kaputt. Wobei, das ist kaputt. Moment. Ich geh mal nochmal hier hoch. Vielleicht kann ich ja zwischendurch, ähm, die Daten... an den Spiegel bringen? Hier, nee. Da war was grad eben. Hier irgendwo war der Sp... Man hat's eben hören können. Ich kann hier aber nichts tun, weil ich kann auch nicht aussteigen hier. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Verdammt. Da war ich mir so sicher. Okay, der Hund ist wieder da. A picture of a dog. Following her? Mhm. Processing. I can't interpret the new raw data, but the spikes in the reading suggest an intense, violent moment. Tja, aber wo? Auf alle Fälle ist hier die Tasche. Von ihrem Mann oder Ex-Mann. Wir haben den Laptop. Und irgendwo ist was kaputt gegangen. Das Ding, was wir hier haben... ...ist... ...definitiv... ...was kaputt gegangen ist. Da gibt's... ...da gibt's einen Moment. Da gibt's einen Moment. Da ist das schon passiert. Was ist das? Huch. Hat's doch wieder fallen lassen. Verdammt. Wenn ich wüsste, was das ist hier. Da ist einmal so ein Moment. Und dann zerspringt das. Als ob irgendwas gegen die Wand geworfen wurde. Eine Weinflasche. Aber das ist keine Weinflasche. Processing. I can't interpret the new raw data, but the spikes in the reading suggest an intense, violent moment. Oh, ach der Hund. Ich komm hier nicht durch. Seltsamerweise ist in der Fassung keine Möglichkeit hier reinzukommen. Hier, warte mal. No mirror. Ja. Hier. Ja, aber das hatte ich ja probiert. Maybe this is the right moment. Oh. Was wird hier getippt? Hier ist ne Hand. Fängt es immer wieder von vorne an? Ja, fängt immer wieder von vorne an. Jetzt hat sich was geändert hier. Hier ist ne Person. Ne Hand. What is this hand doing here? You were right, Tom. She wasn't alone. Should be good enough evidence to keep them satisfied for now. Should I shut down the simulation? Please. Go ahead. Nein, noch nicht. Shutting down in three, two, one. Nein. Okay. Okay. Sehr interessant. Wie gesagt, ich kann, wie Lieutenant schon schrieb, es ist mit Sicherheit schwierig, der Sache als Zuschauer zu folgen. Weil das wirklich eigentlich davon lebt, sehr viel zu interpretieren und zu sehen und zu machen und zu tun. Und das sieht man halt nicht, ne? Als Außenstehender. Logischerweise. So, ich sollte Handy benutzen. Kontakte ansehen. Ich muss mit Tom sprechen, nehme ich mal stark an. Hey, Russell. Any good news? There was definitely somebody with her. A hand. That's all you could find. Well, Tom, I'm just getting started. Her last memories are fuzzy, and that's probably because of the psychological stress she was under. The fact that she wasn't alone is a good start. Yeah, good to know. But we need to know who it was so we can do something about it. I'll keep looking, Tom. Let's just hope the rest of the memories are in better shape. I hope so. Did you find anything else? I saw a lot of other things. I just need to understand her unconscious better. It's fine, Russell. Just keep looking. But I need something else from you. We need to get into her private email. The password. We were able to hack the words, but there are three numbers at the start that we don't know. We have only a few shots at this. So that's why I need you. Um... Her password? I'd like to avoid that. Listen, Russell. We're here precisely to avoid tech industry fuck-ups like in the past. And finding the password is aligned with that goal. You're here because of that. My research had nothing to do with all of it. Russell, just send us the scan and inspection report is legally required and there will be no issues. I promise. We're counting on you for this one. The password ends with namus. N-A-M-A-H-S. But it's preceded by three numbers. We have three to four tries with this password at most. So when you have something, call me. It's not that simple. There are major consequences. I'll wait for your call. Bye, Russell. Damn it. Okay. Darauf läuft's hinaus. Finde die ersten drei Ziffern. Neu. Das heißt, ich muss mich jetzt hier wieder reinmogeln oder... Wie läuft das Ganze jetzt ab? Das heißt, ich muss mich jetzt hier wieder reinmogeln oder nicht? Das heißt, ich muss mich jetzt hier wieder reinmogeln oder nicht was. Vielen Dank.